Hallo Freunde, hier ist euer Fox aus dem Foxy's A Team. Ich möchte euch was ganz kleines zeigen, hier geht es los. Es gibt ein kleines Video, wo man schon die Genesis Karte ansehen kann. Es sieht natürlich gigantisch aus. Diese Strukturen sind sehr gut aufgelegt, tolle Landschaften, die Arc sind natürlich auch sehr spektakulär. Ich hoffe es gefällt euch trotzdem, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu meint. In dem Sinne sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr hattet Spaß dabei, einen kleinen Einblick zu erlangen. Tschüss. Immer dran denken bitte nicht fix, sondern Foxy. Tschüss. Tschüss.